Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie wahrhaft wandelbar eine weiße Jeans ist. Denn sie ist nicht nur ein wertiges Basic, das als Zusatz zu der klassischen blauen Jeans verwendet werden kann. Sie bringt als solche auch frische, einen gewissen Kontrast mit und auch so ein bisschen so ein schickes Element ins Outfit rein, obwohl sie ein Basic bleibt. Wenn euch Mode interessiert und ihr an eurer Garderobe arbeiten möchtet, dann abonniert doch diesen Kanal, denn hier dreht sich alles rund um die Garderobe mit Intention. Die Garderobe sollte nicht nur wandelbar sein, sondern euch auch jahrzehntelang begleiten und voller Ideen stecken. Die weiße Jeans, die ist dieses Jahr ein besonderes Thema, denn sie gehört zu den Modetrends und ist für mich ein Basic, das in einer wandlungsfähigen Garderobe einfach sinnvoll ist. Als Basis nehme ich heute die Jeans von Armed Angels und sie hat einen Slim Fit und High Waist Schnitt. Im ersten Outfit möchte ich gerne in die praktisch minimalistische Richtung gehen und kombiniere die weiße Jeans zu einem Pulli mit angeschnittenen Ärmeln. Die weiße Jeans, die kommt mit ihrer hellen Farbe in den Vordergrund und der dunkle Pullover, der rückt damit in den Hintergrund. Wer gerne seinen Bauch ein bisschen kaschieren möchte, der kann den Pulli über der Hose tragen und wer das nicht möchte, der kann natürlich auch gerne den Pullover reinstecken und die Tali auf diese Weise definieren. Die beigen Sneaker sind neutral genug, dass sie diesen hell-dunkel Kontrast nicht stören und das Schöne an ihnen ist, dass sie sozusagen eine Art Schattierung hinzufügen, einfach weil wir hier einen weiteren hellen Ton haben. Und jetzt kommt das Kleidungsstück, das diesem Outfit ein Thema gibt, nämlich der Oversized Parka. Hier in der Größe S ist mir das Teil immer noch ein bisschen zu groß, allerdings fand ich es spannend genug, dass ich es doch in diesem Video einarbeiten wollte. Der Stoff, der knistert ein bisschen und ist festgearbeitet und der Parka ist wind- und wetterfest geplant und immer, wenn man ein Kleidungsstück hat, das in diese Richtung geplant ist, finde ich es essentiell, dass man weiter hat, dass man eine große Kapuze hat, denn auf diese Weise ist man am meisten der Witterung vor rauer Witterung geschützt. Wenn auch hier in diesem Outfit der Parka mehr so dem Stil dienen soll und weniger der Funktion, auch wenn die Funktion natürlich klasse ist, wenn sie noch mit dabei ist. Eine kleine schwarze Handtasche ist eine besonders einfache Wahl dafür, wenn auch gerade dieses Modell in meinen Augen einfach unfassbar schön ist und so gut gearbeitet ist, dass ich mir einfach, dass ich manchmal staunen muss, wie so simple Sachen wie eine kleine schwarze Handtasche, die zu allem passen soll, ein handwerkliches Kunststück ist. Stilistisch auf der minimalen Seite gehalten ist dieses Outfit ja doch irgendwie auch sportlich, irgendwie auch kontrastreich und irgendwie auch schicker und so viele Einflüsse in einem machen für mich ein Outfit ziemlich spannend. Im zweiten Outfit wollte ich ganz gerne in die sommerliche Richtung nachdenken, jedoch mehr auf der schicken Seite bleiben und die Kombination aus weißer Jeans und einem Oversized Blazer in schwarz könnte jetzt in jede erdenkliche Richtung gestylt werden. Wenn man dazu jetzt ein schwarzes T-Shirt kombiniert, dann ist es recht unauffällig und ich finde gerade solche Basics, wenn man da wertige Teile hat, dann funktionieren sie als Füllmaterial sozusagen in dem Outfit ganz wunderbar. Die schwarzen Pantoletten machte ich nicht nur deshalb, weil sie das sommerliche Thema jetzt nochmal aufgreifen und weitertragen, sondern auch, weil sie das Outfit farblich sandwichen und wir dadurch eine sehr einfach verständliche Harmonie fürs Auge haben. Im nächsten Outfit habe ich Lackschuhe kombiniert und dadurch ein Element hinzugefügt, was in meinen Augen wirklich etwas Totschickes ist und jetzt fängt die weiße Jeans an mit den Lackschuhen, mit diesem Leuchten aus dem Lack zu konkurrieren und beide Elemente wollen ganz gerne im Vordergrund stehen. Wir heißen also nun die Handtasche Numeroset willkommen, die mit ihrer Burgunderfarbe und auch mit ihrer klaren Linienführung finde ich ziemlich was Businessmäßiges, was Akademisches, was Schickes mitbringt und mein Herz schlägt wirklich höher bei diesem schönen Design. So viel höher und mutiger, dass ich mich sogar traue, dazu eine weiße Hemdbluse zu kombinieren und einen schwarzen dünnen Gürtel. Die Weite des Hemdes, die dröselt das Ganze noch ein bisschen auf und die bringt ein bisschen was Luftiges ins Outfit rein und wir haben ein bekanntes, sehr bequemes Basic, nämlich die weiße Jeans, nun auf eine Art und Weise gestylt, dass es einen völlig neuen und anderen Charakter bekommt. Wer Mode liebt und sich nun gerne tiefer mit seiner eigenen Garderobe auseinandersetzen möchte, der ist in meinem Online-Kurs Stilmagie sehr herzlich willkommen. Dort lernt ihr alle Details kennen, die ihr braucht, um eine gut funktionierende Garderobe zu schaffen, die nicht nur Jahrzehnte hält, sondern auch voller Ideensteck und die sehr wandelbar ist. Dort habt ihr einfach alle Details, die ihr braucht, um herauszufinden, welche Teile genau für euch funktionieren und wieso. Und den Link zu dem Kurs, den findet ihr unten in der Infobox und ich würde mich natürlich auch sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr mir unten auch in den Kommentaren reinschreibt, welche Basics ich als nächstes behandeln soll und welche Fragen ihr bezüglich Mode sonst noch so habt. Ansonsten Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!